Hello Ladies and Gentlemen und willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac Repentance. File 3, File 3, wir machen weiter mit unserem neuen Save und ich denke wir machen mal wieder einen Normal Run mit einem Charakter, den wir bisher noch nicht hatten. Judas comes to mind oder nehmen wir uns ein bisschen was raus und spielen, komm wir spielen Eden. Spielen wir mal Eden. Where are you? Und wir starten mit dem wohl schlechtesten Item überhaupt. Boah, wir haben eine hohe Tierrate. Krass. Warum ich so verwundert bin, Eden, aber wir haben Binky, sehe ich jetzt gerade, und irgendeinen Card Trinket. Mal gerade gucken. For the room, clear reward to be a card. Genau, immer wenn wir Eden spielen, werden sämtliche Stats und Items, die er trägt, neu gerollt. Das heißt, wir wissen niemals, wenn wir einen Run mit Eden starten, wie es sein wird. Unsere Sets werden natürlich auch gerollt. Alles, ein reiner RNG Charakter. Es kann gut sein, wir hätten mit Brimstone starten können. Wir hätten mit The Crown of Light starten können. Wir hätten mit super wenig Movement Speed starten können. Oh, The Stars bringt uns zum Item Room. Die haben wir beim letzten Mal, glaube ich, freigeschaltet. Experimental Threatment. Glaube ich jedenfalls. Also, wir erhöhen vier Random Stats und erniedrigen es dabei. Wir erniedrigen es. Oh, wir haben Damage verloren, das ist nicht gut. Vor allem, wir erniedrigen sie. Damage, du Wurm. Oje, oje, jetzt dauert es. Aber hey, dafür haben wir einen echt hohen Tier Stat. Das ist ganz gut. Ein bisschen mehr Damage kann aber nicht schaden. Ja, also auch das Health, ne, wird gerollt. Wie gesagt, ist ein reiner, ja, ich will nicht sagen Fun Charakter. Die sind alle Fun. Aber hier kann man sich nicht darauf verlassen, dass man immer einen guten Bild bekommt am Anfang. Azazel zum Beispiel, wie ihr gesehen habt beim letzten Mal, beginnt immer mit Flug und dem Mini Brimstone Laser. Immer. Immer. Hätte auch hier sein können. Hätte sein können, dass wir ein Flugitem haben zum Start. Ach ja, dieses Damage-Down, das ist leider nicht gut. Das ist echt nicht gut. Naja. Gurglings. Ich glaube, wir haben auch gefühlt ein bisschen was an Knock-Pick. Hätte ich mal besser die Experimental Pill nicht genommen. Wir sind aber noch relativ am Anfang. Ja, war klar. War klar. Von daher ist jetzt der Damage schon nicht ganz so wichtig, denn die kriegen wir auch so kaputt. Ich hoffe trotzdem auf... Boah, das war wieder... Ich hoffe trotzdem auf mehr Damage. Immerhin haben wir keinen Negativ-Multiplikator. So. Bomben habe ich nicht. Das heißt, ich brauche auch nicht zu versuchen, den Secret Room zu finden. Blood Bombs ist ein Health Up. Gibt als einzige der Bomb-Items, glaube ich, keine fünf Bomben. Kleiner Fun-Fact. Wie gesagt, diese Gegner machen keinen Damage, wenn wir sie berühren. Die würden aber unsere Aufladungen, unsere Charges von unserem Active-Item entfernen. Wo gehe ich hier hin, um keinen Damage zu kriegen? Hä? Äh... So. Gut. Schlüssel haben wir ein paar. Oh nein, nicht ihr. Ihr seid jetzt alles andere als hilfreich. Na gut. Ruhig spiele. Wie viel Glück haben wir denn? 0.2. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ach ja, da komme ich gar nicht dran, weil ich nicht eine einzige Bombe habe. Da kommen wir dran, weil ich genau eine einzige Bombe habe. Restock. Ein ganz cooles Item. Würde dafür sorgen, dass wir immer wieder Zeug nachkaufen können. Aber gerade haben wir halt eh nicht wirklich Geld. Range Up. Ja, ist okay. War jetzt nicht unbedingt notwendig, aber hey. Gibt wenig, was ich lieber gehabt hätte. Ah, guck mal. Geld, 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 Geld. Geld, 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 Geld. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Sound, mit der Lautstärke besser ist. Ha. Ja, ich überlege... Uff. Gerade, ob das sinnvoll ist, in die Curse Rooms zu gehen. Ähm. Vielleicht nach dem Devil Deal. Oder Enkel Deal. Oh. Immer noch keine Bombe. Ich hätte das gerne, gerne aufgemacht. Tja, was bräuchten wir jetzt, um was stärker zu werden? Eigentlich nur Damage, ne? Die Stats sind wirklich gut. Die Tier Rate ist auch extrem hoch. Zählt das? Ja. Zählt das auch? Ne. Leider nicht. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, war das aber... Enemies... Ja. Ne. Enemies möchte ich natürlich nicht attracten. Ach, ich würde so gerne da unten rein. Aber... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, ne. Ach so, gab's beim Shop Bomben? Ne. Ja, ich hätte jetzt Restock kaufen können, ich weiß. Aber... Ne. Ha. Brauch ich noch mehr Tears? Was hat das noch für einen Effekt? Spectral. Ist jetzt nicht wirklich schlecht, ne? Ich behalte's mal. Okay. Ich konnte gar nicht ausweichen. Bin ich gerade wahrscheinlich über die Links gelaufen. Spinnennetze. Schätze ich mal. Ähm. Tja. Super viel Damage. Für so einen Raum extrem viel Damage. Range up. Ja. Auch gut. Aber... Den brauche ich nicht. Den will ich nicht. Boah, krass. Also es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man die Hände nicht in einem Durchlauf kaputt kriegt. Dann sind wir echt schwach. Ich werde das auch wieder tauschen. Nämlich für die Ace of Spades. Und jetzt überlege ich, ob ich in den einen Deal da gehen soll oder nicht. Ein gutes Gefühl habe ich bei der Sache nicht. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ach, schade. Schwer. Ach, komm, wir gehen gucken, was sonst. Na gut. Super worth it. Da könnte der Secret Room sein. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob der sonst explodiert wäre. Weil wir hatten ja hier dieses komplette Explosionschaos. Nee, ich habe nur noch eine Bombe. Ich behalte dich. Ach, der Devil, den ist sogar offen geblieben. Ist ja lustig. Leider nur Scheiße drin. So. Was macht man ja nun? Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich sehe schon kommen, dass wir hier wahrscheinlich zwei Runs in diesem Durchlauf machen. Was haltet ihr von Eden? Findet ihr die Idee, dass es immer zufällig ist, was er hat, womit er startet, eher gut oder eher schlecht, weil er es nicht so zuverlässig ist? Oder würdet ihr sagen, dass es Teil einfach seines Stiles, das gehört dazu, mögt ihr diesen Charakter, deswegen, weil er nicht predictable ist? Ich hoffe, wir finden noch einen Tinted Rock irgendwo. Damit wir noch ein paar Soul Hearts kriegen. Eigentlich totaler Quatsch. Egal, was da drin ist. Na, sagen wir halt egal. Ich bin leider darauf angewiesen, dass wir hier was finden. Irgendwo. Nicht hier, jetzt unbedingt, aber... Boah, ey. Zwei Damage. Es klingt eigentlich gar nicht noch so wenig, ne? Gott sei Dank, jetzt sind wir schnell. Musste passieren. Musste ja passieren. Okay. Na, komm. Sechs Schüsse drauf, hm? Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ich habe leider keinen Soul Heart mehr. Sehr unwahrscheinlich, dass wir jetzt einen Special Heal bekommen. Hier hätte ich mir natürlich jetzt diesen Spectral Warm noch gewünscht. Oder den Ring. Ich habe vergessen, wie er hieß. Oh Gott, ich brauche so ewig, um simpelste Gegner zu töten. Das ist heftig, heftig. War in dem Challenge Room noch ein Herz? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Wir haben viel Geld. Karten drop ist jetzt auch nicht so neulich hoch, dass ich gesagt hätte, komm. Strength Card oder so mal. Oder eine Devil Card. Immerhin haben wir jetzt Bomben. Damit könnten wir uns verteidigen. Eigentlich, ich bin selber schuld, ne? Aber auf der anderen Seite, in der Experimental Pill hätte auch Damage Up sein können. Weiß man halt nicht. Damage Down ist aber so das, meiner Meinung nach, schlimmste Outcome, was es gibt. Da gehen wir rein, wenn wir noch ein Herz irgendwo finden. Oder anderthalb Herzen. Hm, hm, hm. Ja, alle sind in die Luft am besten. Die haben sich gerade selber vergiftet. Nice. Health Up. Speed Up. Robo Baby, naja, besser als nichts. Ich hätte vielleicht warten sollen, falls hier eine Re-Raw-Maschine kommt. Also Robo Baby ist okay. Ist tatsächlich nur okay. Ich kann nicht sagen, es ist schlecht. Ich kann nicht sagen, es ist gut. Piggy Bank, ein Herz und noch ein Herz. Nee, ich brauche auch Piggy Bank nicht. Ich habe mir den Eingang, beziehungsweise den Ausgang zugeschissen. Okay. Okay. Und weil ich weiß, wie dumm ich bin, bombe ich das raus. Goopy Spawn benutze ich auf jeden Fall einmal. Ich behalte die sogar, glaube ich. Wenn ich... Ich glaube, wir haben eine Health Up-Pille gerade gekriegt, ne? Wäre ja cool, die im Pool zu haben. Ich muss nur aufpassen, dass ich... Oh, nein. Warte mal, vielleicht kann ich... Vielleicht kann meine Robo Baby was machen. Ich hing fest. Na, mach auf. Mein Robo Baby macht einfach mehr Damage als ich. Ich steuere das Robo Baby übrigens, ne? Für diejenigen, die es nicht wissen. In die Richtung, wo ich schieße, dann fliegt der. Und wenn ich aufhöre zu schießen oder mich nur bewege, bleibt es stehen. Und es schießt quasi immer in eine Richtung. Wenn es auf der Höhe ist. Versuchen wir ja noch, den Siegel-Zoom zu finden oder nicht. Ja, ich denke schon. Level Chance habe ich eh schon verkackt. Fünf Münzen. Ich bräuchte einfach halt wirklich nur einen guten Shop. Es gibt ja ein recht schönes Item im Shop. Nennt sich BFF. Damit machen unsere Begleiter... Ach, hatten wir in einem Nilithran schon. Damit würden unsere Begleiter mehr Damage machen. Das wäre ganz cool. So. Positiv auf jeden Fall. Globale Range. Na, komm her Baby. Wo bist du? Kein Room Clear Reward. Schlechte Gegner für mich. Sehr schlechte Gegner. Aber souverän. Souverän. Hm. Wieso sind wir denn nur noch bei 4,5%? Also ich weiß, dass ich erwischt wurde, aber ich dachte eigentlich, das wäre bei... Ah ne, wir hatten ja schon einen Devil Deal. So war das. Stimmt ja. Na ja, gut. Gucken wir mal, ob wir noch den Super Secret Room finden. Der könnte hier oder da oben sein. Gut. Health App wird ein bisschen Glück. Ich bin eigentlich kein Freund davon. Aber wenn wir Goopies Pore haben... Warum nicht? Falls ihr es nicht wisst, Goopies Pore entfernt einen unserer roten Herzcontainer und gibt uns dafür 3 Soul Hearts. Ja, okay. Blue Map nehme ich auch. Zeigt uns die... ähm... Secret Room auf der Map an. Ich bin eigentlich ein Freund davon, Bosse zu bebomben. Aber ich habe das Gefühl, dass er einfach abhauen wird. Dann fliegt er weg und dann habe ich die Bombe umsonst ausgegeben. Mach was. Du bist echt abwechslungsreich in deinem Pattern, weißt du das? Ja, okay. Hast du meine Kritik zu Herzen genommen und kommst jetzt von der anderen Seite geflogen. Gut. Dann ist es natürlich was komplett anderes jetzt. Dann habe ich nichts gesagt. Ich muss jetzt echt mal gucken. Ich glaube, das Baby macht wirklich mehr Damage. Brauche ich mich nämlich nicht in Gefahr begeben. Booster Pack. Na gut. Karten. 5 random Karten. Death... Ja, ist gut. The Sun ist sehr gut. High Priest ist okay. Two of Spades. Nehmen wir The Sun mit. Oder nehmen wir lieber Death mit. Eigentlich ist Sun einfach nur sinnvoller. Fieser Raum. Ich habe einfach nur Glück gerade. Kümmer dich erstmal um dich. Genau. Und jetzt kannst du dich um den kümmern. Wie eine feige Pussy habe ich mich versteckt. Hat geklappt. Okay. Einmal Glück. Kriegen wir den Pilz. Kriegen wir mega mal schnell. The Sun. Wäre natürlich ganz... Uh. Cool, wenn wir einen großen Raum finden würden. Eine 2x2 Room. Denn The Sun hat relativ viele Effekte. Einmal kriegen wir einen Full Mapping für den gesamten Floor. Ich glaube, es macht 100 Damage im gesamten Raum. Upsala. Und... Naja. Halt uns voll. Ich mache das jetzt einfach. Wasser. Halt im Room ist rechts von uns. Okay. Und Super Secret Room ist auch nicht so weit weg. Fungi. Tears can shrink enemies. Okay. 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 Brauche ich nicht. Hilft mir nicht. Aber... Na gut. Was ist ein Dodge Fest? Vielleicht kriegen wir ja wieder... Oder was heißt wieder? Aber vielleicht kriegen wir ja diesmal wieder Pyro in den Shop... Äh, in den Secret Room. Da können wir es auch diesmal mitnehmen. Anstatt es kaputt zu rollen. Ein absolut valides und ordentliches Item. Ersetzt durch Scheiße. Das Beste, was uns überhaupt passieren kann mit diesem riesigen Lack... Äh, ähm... Tier-Stat wäre, wenn wir... Ein Devil-Deal kriegen und zwei Goopie-Items. Ich sage, wie es ist. Ich sage, wie es ist... So, den haben wir klein gemacht. Da könnten wir jetzt drauflaufen und ihn zerquetschen. Wie einen Wurm oder eine Made. Ich kümmere mich gleich um die Hosts. Kann ich da auch drauf? Ja. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe. Dass mir das nicht großartig hilft. Gerade habe ich es verwendet. Ich weiß. Ich weiß. Hermit zum Shop. Okay. Ist Gott sei Dank nicht weit von uns. Nuff said. Da haben wir den Magic Mushroom. Und verhofft kommt oft. Wir haben weitaus mehr Schlüssel als Bomben. Jetzt sieht das Ganze nämlich ganz anders aus. Jetzt sind wir nämlich auf einmal bei 4 Attack. Hm. So, um nicht noch mal Damage zu nehmen, nutzen wir hier einfach The Hermit. The Hermit. Car Battery using an Active Item triggered. Triggers its effect twice. Hm. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Wooden nickel. Okay. So, kommen wir einmal noch rerollen. Diplopeer. Nehmen wir mal eben mit. Denn wir haben eine hohe Chance. Oder eine verhältnismäßig hohe Chance auf den Devil Deal. Oder Angel Deal. Wie auch immer. Und damit können wir, wie gesagt, ein Item verdoppeln. Beziehungsweise das dupliziert alle Pickups und Items im Raum. Das können wir auch in einem Shop verwenden. Und wir würden alles umsonst kriegen, was es da gerade gibt. Da oben war ein Boss. Hm. Muss ich eben übersehen haben. Ja, jetzt kann ich auch wieder attacken. Jetzt macht das auch wieder Sinn. Uff. Ach, nice. Hast du mich da zweimal ewig. Gott sei Dank. Hey, nice. Komm, nochmal. Unlucky, dude. Okay. Stapler. Ist wieder ein Damage up. Das eine ist Brimstone. Und das andere ist Brimstone für einen Raum. Wisst ihr, was das Lustige daran ist? Brimstone steckt. Und ich zeige euch das. So sieht Brimstone aus. Wir haben Campus. Unlockt. Und so sieht doppeltes Brimstone aus. So dumm einfach. Okay. Hatte ich tatsächlich, glaube ich, in bisher keinem meiner Runs. Also man kann natürlich versuchen, da drauf zu rollen, da drauf zu gehen. Aber ist schwierig. Mit einem Spindown Dice, einem Item, was ihr noch nicht kennt, gibt es eine Möglichkeit, das relativ schnell und leicht zu bekommen. Aber den habe ich hier noch nicht unlockt. Ja, jetzt schlagartig. Ich weiß nicht, warum, aber schlagartig hat sich meine Stimmung gebessert. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, woran das jetzt liegt. Hm. Na gut. Ah. So ungefähr muss das Gefühl sein, wenn man Sex hat. Hahaha. Ach, ist das herrlich. Bup. Hab. Mach. Da ist nicht mehr viel mehr, die ich verstecke. Mach auf. Hm. Uh. Wheel of Watch. Und. Ähm. Ja, da gehen wir rein. Gold Head. Okay. I guess we get Devil Deals now. Und zwar auf jedem Floor. Das Ding ist halt, ne, je nachdem, wie viel wir freigeschaltet haben im Spiel, ist die Chance natürlich höher, gewisse Items zu finden. Heißt, wenn wir noch nicht hunderte von Items freigeschaltet haben, werden wir natürlich immer nur wieder die Items finden, die wir schon kennen. Aber, es ist effektiv so, mit jedem Durchlauf, den wir schaffen, wird es uns das, waren wir hier schon in der, ne, waren wir noch nicht. Mit jedem Sulphur. Damage up. Isaac Tears can destroy Rocks und Open Doors. Ähm, ich weiß nicht, ob, okay. Es klappt. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob das mit Brimstone klappt, aber scheinbar schon. Ah, 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 ah. Ach, stimmt. Jetzt kann ich das ja so machen. Klappt das auch? Egal. Ace of Clubs. Kennen wir mittlerweile auch. Ja, gut. Dann hat sich das erledigt. Jetzt möchte ich auch tatsächlich erkunden gehen. Ähm, geil. Wir haben den Doom Shop noch offen. Und wir haben wieder 15 Geld. Ist bestimmt auch ein Achievement. Get so und so viele, oder kauf so und so viele Sachen. Ups, das war lucky. Alter, doppelter Blip. Wirklich, ich hatte es in meinem anderen Playthrough noch nicht. Man kriegt es auch selten, ne? Also, um das zu bekommen, wie ich es jetzt gerade bekommen habe, braucht man halt Diplopia. Einen Devil Deal. Und im Devil Deal muss Brimstone verfügbar sein. Also, die Chance, darauf ist nicht so unglaublich hoch. Aber manchmal sind die Stars aligned. Aha. Sind wir in zwei? Dann macht das noch Sinn. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwie an sechs München kommen. Dann können wir nämlich noch das Present kaufen. Noch fünf. Das Present gibt uns ein Item aus dem jeweiligen Raum, wo wir gerade sind. Und dadurch, dass wir gerade eh kein Spacebar iPhone haben, können wir hier alles gebrauchen. Ich weiß, ich hätte meine... Oh. Meine Donation-Maschinen in die Luft jagen können, aber das wollte ich nun echt nicht. Ich sehe leider gerade nicht, wo die Gegner sind. Da reicht es nicht ganz. Aber wer sich jetzt noch beschwert, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Zwei Tier-4-Items in einem Run. Kann man machen. Ancient Recall. The World, Magician, Chariot. Haben wir noch Gegnerräume hier? Nee, haben wir nicht. Bomben. Wann das Bomben oder waren das Schlüsseln? Bomben. Ja, okay. Magician wäre auch ganz cool gewesen, ehrlicherweise. Mit einem... Homing-Effekt. Aber... Gebe ich ihm jetzt noch Münzen. Ich hätte ihn natürlich auch in die Luft jagen können. Das erhöht übrigens sogar unsere Devil- oder Angel-Chance. Aber wir sind eh bei 100%. Isaac Farts multiple times, wenn Damage. Ja, ja. Gib. So schnell kann es gehen. Was haben wir hier? High Priest. Ocular Rift. Eigentlich auch ein super geiles Item. Aber möchte ich das riskieren? Viel passieren kann mir eigentlich nicht mehr. Außer wir kommen zum Devil-Deal. Äh, wir kommen zum... Boss Rush geht ja gar nicht mehr. Aber andersrum... Ich brauche es eigentlich gerade nicht. Eigentlich brauche ich es nicht. Ich spare mir das lieber auf für den Fall, dass wir noch Guppy finden. Wir haben ja noch ein paar Devil-Deals. Mindestens zwei. Curse of Darkness. Okay, ich weiß nicht, wieso ich da gerade erwischt wurde. Ich dachte eigentlich, ich wäre durch gewesen. Aber gut. Da können wir schauen. Da ist nix. Ich würde auch echt gerne das Feuer wegbomben. Aber dafür habe ich zu wenig Bomben. Ein Umstand, den wir aber gleich lösen können, wenn ich dann irgendwann mal... in naher Zukunft einen Raum mit vielen Gegnern antreffen könnte. Na komm, mach auf. Hallo. The World. Okay. Jetzt wissen wir, wo es einen solchen Raum gibt. Two Red Hearts? Nö. Das ist echt... Oh. Wir haben Bomben. Wir haben Bomben. Ist das dumm. Ist das... Schön. Na gut. Immerhin eins haben wir bekommen. Immerhin eins. Mal sehen, ob unser Glück uns hold bleibt. Beim Item Room gleich. Ob wir nochmal auf 15 Münzen kommen. Was haben wir da? Ach, natürlich ist einfach ein Ghost Baby rausgekommen. Na klar. Was sonst? Huch. Ist da oben ein Gegner? Nicht gesehen. Aber nicht schlimm, Jim. Stimmt. Wir können die ja sogar noch verkleinern. Ist das dumm. Ist das dumm. Ist das dumm. Wenn man es will... Also wenn ich wollen würde... Da könnte ich hier... Auch in den ganzen Räumen schauen, ob wir Crawl Spaces finden. Ich bin mir nur nicht sicher. Können wir Türen aufmachen? Äh, Wände aufmachen. Moment. Ich dachte eigentlich schon. Das war ein ganz schlechtes Timing, mein lieber Greed. Schade. Das ist nämlich, glaube ich, schon die zweite Ebene. Ich hätte gerne noch ein bisschen donated. Aber gut. Müssen wir wirklich mal wieder häufiger machen. 999 gilt es zu erreichen. Das müssen wir machen. Also ich meine, es ist noch möglich, dass wir donaten können. Ja. Habe ich gut gemacht. Wenn wir noch irgendwo eine Donation Machine finden. Kann passieren. Muss nicht. Aber eher unwahrscheinlich. Seraphim. Tears up. Soul hearts. Ah, I guess. I guess. Ancient Recall. Justice ist auch nicht schlecht. Und endlich Schlüssel. Wheel of Fortune. Hierophant. Oder Chirophant? Hierophant wahrscheinlich. Gut. Weißt du, hätte ich das vorher gewusst. Hätte ich das gewusst, dass das so kommt, wie es jetzt gekommen ist. Hätte ich mir natürlich auch Oculus Rift oder Ocular Rift geholt. Aber das weiß man halt vorher nicht, ne? Ja, klar. Natürlich kann man jetzt sagen, mit dem Setup hier wird wahrscheinlich recht wenig passieren. Das stimmt. Aber ich habe schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Das ist eine wahre Geschichte, die ich gerade gemacht habe. Na komm. So. Ausgetänzelt. Oh, wisst ihr was? Dadurch, dass wir, ähm, na wie heißt das Item? Goathead haben, kommen wir auf jeden Fall runter in den Darkroom. Äh, in Sheol. Damage up. Kein Kopier-Item. Und der Rest ist leider schlecht. Not worth it. Wenn ihr gerne mehr Erklärungen zu den Items haben wollt, die ich nicht nehme, dann lasst mich das bitte wissen. Ich fühle mich mutig, aber auch nicht dämlich, um in diesen Raum zu gehen. Ähm. Ja. Warum sollten wir nicht den Item Room mitnehmen? Äh, den Secret Room mitnehmen. Eieiei. Und ich habe doch tatsächlich von Leuten in meinen Kommentaren gelesen, dass sie keinen Brimstone mögen. Wenn das so ist, dann lasst mich eine absolut perfekt valide Frage stellen. Bestimmt nicht mit euch. Wie kann man Brimstone nicht machen? Ja, Gott sei Dank habe ich einen Schlüssel ausgegeben, um einen Schlüssel zu bekommen. Hinterfragt nicht meine Logik. Das tut euch nicht gut und das tut mir auch nicht gut. Genau, weil wir Marmski gekauft haben, äh, befindet sich jetzt in den Truhen immer mehr Zeug. Seht ihr? Nein, das ist eigentlich nicht die normale Ausbeute, die wir hier bekommen haben. Das ist aber auch dämlich gerade, Mann. Pure Zerstörung. Ja, okay. Macht es jetzt noch Sinn? Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe überlegt, ob es noch Sinn macht, in den Curse Room zu gehen. Aber wahrscheinlich schon. Alleine wegen den Gruppier Items. Und ich habe noch einen recht großen Health Pool, den ich ausgeben kann. Das macht es mir quasi sogar gerade free. Das war... Also ich meine, wie gesagt, jetzt geht es eh nicht mehr auf Zeit. Wir können eh nichts anderes erreichen. Von daher... Might as well. So, gucken wir mal. Schauen wir mal an. Gute Spinnen. Schlechte Dingsabum. Ich weiß, dass man da übrigens diagonal reinlaufen kann, aber ich bin zu dumm dazu. Nee. Ich werde nicht eine einzige Pille jetzt fressen. Es gibt absolut keinen Grund, jetzt Pillen zu fressen. Die können mir nur schaden. Ich wüsste nicht, welche Pille mir hier in irgendeiner Form auch nur ansatzweise helfen könnte. Ich bin schnell. Ich habe einen hohen Teerstat. Ich habe vernünftig Damage. Gibt wirklich nichts, nichts, wo ich sagen würde, krass, das brauche ich. Ja, okay, man hätte sagen können, Hierophant oder sowas, beziehungsweise Balls of Steel. Okay, ich sage, jetzt gehen nicht zu leichtsinnig mit dem ganzen Scheiß um. Du bist stark, aber nicht verwundet. Und das war mal ganz schnell. Mir nichts, dir nichts, drei fucking Herzen. Nichts, was wir nicht noch retten können. Ah ja, mein Lieblingsthema, ne? Wisst ihr ja mittlerweile. Tears up, Shot Speed up, klar. Mein Little Brimstone. Für einen. Hm, wenn dann den. Ja, Little Brimstone hätte ich überlegen können. Wäre möglich gewesen. Aber ich glaube, ich charge einfach schneller als er. Das heißt, er wäre nicht wirklich häufig zum Zug gekommen mit seinem Schuss. Einziger Grund. Das Brimstone Baby ist nämlich an sich gar nicht schlecht, muss ich sagen. So, Nation Machine. Ich sage ja, es ist nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, aber da kann ich mich täuschen, da wird mich sicher jemand von euch darauf hinweisen, dass die Chance für eine Arcade, die ist eine, also es ist eine gewisse prozentuale Chance und die ersetzt, glaube ich, den Curse Room. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber vielleicht wechsle ich das mit Dice Room, das kann auch sein. Ja. Jetzt hätte ich tatsächlich gerne Katzen gehabt. Ich bin, ein bisschen bin ich traurig, dass ich keine Custom Thumbnails mache. Dafür bin ich einfach zu schlecht mit Photoshop. Das ist so ein richtig schöner, reißerisches Thumbnail jetzt irgendwo noch schreiben. Ihr werdet nicht glauben, was ich bekommen habe. Noch irgendwo einen roten Pfeil, der auf irgendwas drauf zeigt, was nichts damit zu tun hat. Das wäre es jetzt gewesen. Die Items dafür hätte ich. Das brauchen wir nicht. Denn wir kriegen keine Future Treasure Rooms. Temperance spawnt eine Blood Donation Machine. Eisshack-Spieler hassen diesen Trick. Und dann alles schön einfach fett schreiben. Weißt du, sind einfach so ein paar Stichworte einfach richtig schön groß. Hassen diesen Trick. Ich sollte vielleicht YouTube Thumbnail Creator werden. Wenn es mit dem Content nicht klappt, dann mache ich einfach reißerische Titel. Dann bewerbe ich mich bei der Build. How bad? Das. Kann man auch so machen. Kann man auch so machen, ja. Klug? Nein. Aber man kann es so machen. Den waren wir schon im Ultra Secret. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nicht. Gott sei Dank habe ich ein Kurzzeitgedächtnis. Mal rauf. Weißes Herz. Das hilft mir leider ganz und gar nicht. Wir werden... Wir werden... Achso, hier werden wir natürlich jetzt einen Devil Deals zwar bekommen, aber da können wir keine Items holen. Denn da wird nur die Falltür drin sein, die uns runter ins Sheol führt. Ja. Gut. Umso besser. Zwei Fliegen mit einer Klappe. A quarter. Kill Mom's Heart eight times. Defeat Mom's Heart es... Oh na. Ich konnte es so schnell nicht lesen. Keine Ahnung, was da gerade stand. Aber irgendwas haben wir anlockt, weil wir Mother mit Eden geschafft haben. Acht Mother Runs. Beziehungsweise Mom's Heart Runs haben wir schon geschafft. Cool. Cool, cool, cool. Wenn man ordentlich zählt mit den Bomben, braucht man auch nur eine. Knapp. Bald schon, liebe Leute, wird sich ein größerer Teil des Contents bei Isaac ergeben. Noch nicht, aber bald. Ja, sehr fair. Schön in die Ecke manövriert. Aber ich bin ja schon da. Ja, das war ein schneller Lauf dahin. Ich habe doch gesagt, ich möchte euch nicht. Gut, gucken wir mal. Eins, zwei, drei. Hoffentlich war das diesmal richtig. Nö. Was ich da immer versuche, das ist quasi... Moment. Beim Start diesen Dude da zu killen. Mit einer Bombe. Ja, kannst wegfliegen. Wir haben aber auch eine super fette Charge Time, ey. Also im positiven Sinne, meine ich. Haben wir Damage hier bekommen? Ja, habe ich. Schade. Schade, weil ich glaube, es wäre ein Achievement, wenn wir kein Damage bekommen hätten in der gesamten sechsten Ebene. Aber ich habe mich von dem einem Boss da erwischen lassen. Na gut. Anyway. Book of Secrets. Kill Satan with Eden. Ich würde sagen, das war ein ziemlich cooler und interessanter Run. The Power of Eden. Es war eigentlich gar nicht wirklich Eden, aber... Achso, übrigens diese Eden-Tokens hier. Pro erfolgreichen Run, den wir gemacht haben, kriegen wir Eden-Tokens. Ich glaube, einen werden wir Marms Heart killen. Und ich glaube, noch einen werden wir dann Satan oder so killen. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Haben wir keine Token mehr, können wir keinen Eden spielen. Finde ich auch ein ganz interessantes Konzept. Ist auch der einzige Charakter, der sowas hat. Ja. Aber... Läuft. Jetzt hat eigentlich nur noch Samson. Eve haben wir auch noch nicht gespielt. Judas wusste ich. Okay. Dann fehlen uns Judas, Eve und Samson. Genau. Judas, Eve und Samson. Ja, dann weiß ich ja, was ich beim nächsten Mal mache. Vielleicht werde ich aber wieder einen Greed Run zwischenschieben. Mal schauen. Anyway. Danke fürs Zugucken, liebe Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. ai.